Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma 2. Cool, dass ihr dabei seid. Ihr fragt euch vielleicht, was ist das für ein Monster? Ja, das ist unser Protagonist, Leute. Das ist der Krieger. Ich habe halt neue Sachen gekauft. Die haben auch ziemlich viel Geld gekostet. Das ist unglaublich. Ich habe aber auch einiges an Geld bekommen, weil wir jetzt anscheinend immer auch mehr Geld bekommen. Kisten finde ich jetzt 2.000 bis 3.000 Gold. Das ist krass. Deswegen geht es auch aufwärts. Ja, unser Level ist auch ganz schön hoch. Ich bin jetzt kurz vorm 50. Level. Kriegerklasse. Möchte ich aber vielleicht ändern aus einem bestimmten Grund. Schaut mal her. Ihr wisst doch noch, die Quest mit dem Bogenschützen. Ja, wir haben sie gemacht und ich dachte mir, ey, gehen wir zur Laube. Aber da war ja nichts los. Nur die Sache ist die, jetzt will er uns zur Laube führen und vielleicht ist dann doch was los dort. Deswegen sollten wir die Quest machen. Natürlich müssen wir auch andere machen. Das Festmalt der Täuschung, das ist diese große Hauptquest. Die möchte ich auch unbedingt heute noch machen. Vielleicht schaffen wir das. Und eben die Battler-Quest. Da müssen wir noch mal schauen, was eigentlich jetzt passiert ist. Wir müssen zu dieser Hilda noch mal gehen. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Quests schaffen. Machen wir erst mal die und dann schauen wir weiter. Wenn mehr geht, machen wir mehr. Schauen wir mal. Los geht's. Ja, unsere Ausrüstung ist nicht optimal. Also ich habe jetzt kein gescheites Oberteil für meinen Bogenschützen. Weil die, die ich habe, habe ich jetzt eben Mithrande gegeben. Den ich zum Dieb gemacht habe. Weil ich einfach möchte, dass der mehr lernt als nur Magier und Erzmagier. Deswegen mache ich jetzt die Klassen mal so durch. Aber das wird für unser Level trotzdem jetzt erst mal genügen, wenn wir so abgehen. Und jetzt gehen wir erst mal zu diesem komischen, äh, zu diesem Haus. Von den Baldwins und reden mal mit der Frau. Und mal sehen, was jetzt passiert, Leute. Das ist die Battler-Quest eben. Äh, ja, da ist sie. Aha. Aha. Okay, cool. Wir kriegen was von ihr. Drei Onyx! Das ist viel Geld. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg, äh, dort hinter wieder. Es dauert wieder. Also ich glaube, ich cut das alles raus. Das ist nicht mehr so interessant. Tja, es ist schon ein Minotaurus. Aber es sind einfach nur drei Bullen nebeneinander. Was ist hier los? What? Höh, aber es ist ja nur ein Zyklop. Okay, komm mal her. Ja, du hast es schon verloren, Junge. Was zum Teufel ist mit dem los? Fällt der oben, oder was? Ah, ja, er fällt um. Okay, gut. Das war's mit ihm. Easy, McSneasy. Und wir haben den Zyklopen besiegt und haben dadurch die Belohnung bekommen, die ich wollte. Das heißt, nochmal 10.000 mehr. Geile Geschichte. Du gibst mir noch ein bisschen groben Knochen und dann gehen wir weiter. Auf Wiedersehen. Okay, hier ist ja übrigens, wo wir gegen die Chimere gekämpft haben, wo wir ihn auch das letzte Mal getroffen haben. Und da oben soll er sein. Bitte, Stella, bitte hör auf zu nerven, danke. Klar, aber nicht gekommen. Können wir machen. Alles klar, los geht's. Ich meine, ich kenne den Weg eigentlich eh schon. Wir waren ihn auch schon da. Das letzte Mal. Ja, über diese Brücke. Dann da hoch. Wir sind eigentlich gar nicht weit weg. Hallo, Ogi. Hallo, Ogi. Was macht der da? Wo läuft der hin? Was ist kaputt mit dir? Bleib stehen. Vielleicht können wir ihn da runterschmeißen. Da, flieg runter, genau. Uh, er ist totgeil. Aha. Was? Fear not? Was? Wieso denn? Würden wir nicht hier sein? Wir waren doch schon hier. Warum verstehen wir dich plötzlich nicht mehr? Wir haben sie doch verstanden, bis vor kurzem. Schaut so aus, he? Genau. Kannst du da mal Abhilfe schaffen? Er wird für uns Dolmetschen. Gut. So, da waren wir noch. Genau da waren wir schon mal. Okay. Krise. Oh, ein Oger. Oh, ein Oger. Was nun? Derren? Moment. Ist der der Sohn des Königs hier? Krass, oder? Ja, klar, auf geht's. Ist das die Höhle? Ich glaube schon. Das ist sie, ja. Dann lass uns aufbrechen und nicht so viel rumreden. Der Feind ist zu mächtig. Okay, wir beweisen uns, indem wir den Ogre besiegen, den sie nicht besiegen konnten. Ist doch klar. Da sind sie wieder. Woof's Master. Das sind mehr als nur Woof's. Aber ich hab die perfekte Position als Woogenschütze. Allerdings seh ich hier nicht so viel. Also bringt das nicht so viel. Hier sind noch viel, viel mehr von diesen Hackern. Wir müssen hier richtig reinhauen erst mal. Trockenobst und Gold, ey. Geile Geschichte, ey. Oh, was ist denn hier los? Schenkelstiefel? Was ist denn das? Die sind ziemlich gut. Aber ich weiß nicht, ob das Outfit so klar geht. Die sind nicht schlecht, ohne Scheiß. Vor allem haben sie mehr magische Abwehr. Ah, wir können das wirklich zerschließen. Das ist interessant. Hier kommen wir auch rüber. Ich glaube, das ist nur ein... Eine Abkürzung ist das. Wo sind das bitte? Wo sind wir hier? Oh, er steigt auf. Das ist wichtig, damit wir ein paar Fähigkeiten für ihn bekommen. Aber wo sind wir? Ach, du Scheiße, hier. Das heißt, jetzt können wir auch über dem Weg zur Ahnenkammer verstehen. Wir sind da. Ich meine, das ist nur ein Ogre, oder? Gott, er frisst gerade jemanden. Ja, hallo? Wieso redest du? Dann lass uns loslegen. Dann los, mach dein Ding. Tatsächlich. Okay, wir müssen sie aus der Gefahrzone bringen. Machen wir das, was er möchte. Erstmal. Vielleicht müssen wir uns noch um den Ogre kümmern, aber erstmal. Er schlacht. Er ist doch schon tot. Okay, wir tragen sie raus. Er verfolgt uns ja. Seid ihr dumm? Macht ihm Platz. Möchtet ihr, die laufen mir nach? Und er kommt ja natürlich dann die... Okay, wisst ihr was? Mir reicht's. Ich lass dich mal hier runter. Entschuldige. Ich muss den jetzt machen. Machen wir ihn Platz. Jawohl. Blödsinn. So, jetzt können wir sie auch raustragen. Meine Güte. Was ist das? Was ist was? Kommt noch ein Gegner? Ach, den hab ich doch grad freigemacht. Oh, mein Herz. Es kann keine gläderen Tidings in all the world sein. Kein davon wäre es möglich, wenn du mir dieses Böse nicht gefordert hast. Okay, cool. Du bist mein Freund, der Savior. Ich bin für alle in deinem Dez. Wie jetzt noch? Die sah nicht mehr gut aus. Mhm. Findler. Das ist echt krass. Das ist der Prinz der Elben, sozusagen. Dieser Typ. Weise Worte. Ja, ich glaub schon, dass wir auch was damit zu tun hatten. Ja, so ganz einfach ist das nicht. Das stimmt ja. Ja. Ja, das ist wirklich sehr dankbar. Endlich haben wir einen Kontakt zu den Elben. Aber ich weiß nicht, ob das uns den magischen Bogenschutz näher bringt. Den hätte ich halt gern. Wir haben ein Zielkristall bekommen. Das ist unglaublich. Wir haben den ersten Tarnbogen und 16.000? What the shit. Ich seh auch, der Tarnbogen ist jetzt schon besser. Er ist noch gar nicht verbessert. Und er ist jetzt schon besser. Also ich nehm ihn. Wobei, wir werden sowieso wieder zum Krieger wechseln. Aber naja, was weiß ich. Ostosilfa. Osteopathie. Osteo. Motherfucker. Ich verstehe sie jetzt schon wieder nicht. Wenigstens spricht sie unsere Sprache. Sehr gut. Also ihr scheint es wieder gut zu gehen, oder? Ich meine, er hat nichts. Hat nichts. Laubenherz. Was ist das? sie ist sehr lange Zeit. sie ist nature's sehr hart und ein für meine Leute. wir haben immer in harmonie mit nature und die Arberhart ist unsere connection to the land yet day by day her strength is is failing a special kind called guifencha in my language grün latte? wahrscheinlich nicht, das ist viel zu gewöhnlich. ich weiß nicht was sie damit meinen, vielleicht haben wir es ja sogar. findet heraus was wie fencha ist. ist auf jeden fall der papa, den wir nicht verstehen. das ist ein brief von ihm. ich bin es ungewohnt in eurer sprache zu verfassen, doch ich werde versuchen meine absichten auszudrücken. ich habe gehört, dass sie in zukunft herrscht. da ich selbst ein anführer bin, bin ich, habe ich eine schuldigkeit mehr über euch zu wissen. er will mit uns reisen? ich weiß nicht mal was ich jetzt gelögt habe. ich hoffe annehmen. da soll er sein. es ist alles so eigenartig wenn man die nicht versteht. ich wünsch dir wir könnten die elbensprache verstehen. vielleicht verstehen wir sie nach dieser quest. es ist so schade, dass wir uns hier nicht frei bewegen können. wir hatten halt vor aragon in der gruppe und der konnte das irgendwie. warum auch immer. und wir haben alles verstanden. aber selbst ich? nein, noch nicht. das heißt wir müssen das unbedingt noch machen. er ist fehlgeschlagen. wieso fehlgeschlagen? ach, ist doch blödsinn. da ist er. du sagst, du bist auf der hunt für grifentur? ja. derin fragt, ob du das möchtest. er sagte, ein wöflich verletzter blacksmith hat in der arbor. und in deinem Sprache ist es von einem anderen Namen. er weiß auch nicht. schuppenzunder? was ist das? ach, im batal kann man das finden. hilfe! okay, wir wissen jetzt, was es ist. und wir wissen, dass es ein batal. aber wer wissen wir nicht. und das hilft uns jetzt auch nicht weiter. das heißt, wir müssen diese quest erst mal nach hinten verschieben. wir hätten auch den zielkristall vielleicht da oben hinstellen können bei der elbenbehausung. aber das ist halt mein einziger, den ich habe. also möchte ich halt noch, ja, möchte ich es für batal aufheben. well met. well met. da sind wir wieder. so, wir haben unsere klasse wieder gewechselt. schauen wir mal die ganzen aufträge. also das festmaltertäuschung wäre halt jetzt noch das wichtige, was wir jetzt auch gleich machen könnten. ja, und dann vielleicht die spannungen auf der landstraße, denke ich mal. und, ja, nochmal nach melve schauen. okay, wir schauen jetzt ganz kurz nach melve, weil vielleicht ist da was. das müssen wir echt mal überprüfen. vielleicht kommt der drach ja nochmal oder so ein shit. dann können wir eigentlich gleich wieder mit dem, äh, wagen wieder zurück und dann können wir uns die, ne, das festmaltertäuschung angucken. machen wir das. so. wö, was macht denn der hier? ich wollte grad hier pennen. what? boah, ihr habt einen großen unterschied in meinem leben gemacht. wisst ihr, seit ich euch traf, habe ich mich unzähligen mutproben gestellt und viel über mich und die welt gelernt. als beweis dafür würde ich in kürzester zu einer reise aufbrechen und ich hoffe, ihr werdet mich begleiten. ich könnte euch zeigen, wie geschickt mit dem bogen ich jetzt bin. aber nicht jetzt. oder nicht jetzt. wir sollen dahin reisen. dein ernst? zum alten schlachtfeld? okay, sollen wir ihn jetzt dahin bringen? was? okay, ich hätte ablehnen sollen. ich geh jetzt pennen. meint ihr, er nimmt es mir übel, wenn wir jetzt nach melve mit ihm fahren? nein, oder? bestimmt nicht. auf geht's. fahren wir mal in melve. ja, ja, ich weiß. fahren wir nach melve. auf geht's. einsteigen. also hier ist erstmal nichts, aber der marker von dem hier ist weiter oben. vielleicht ist ja doch noch was los hier. tatsächlich, da ist irgendwas. aha. aha. das war aber ein anderer drache das zweite mal. findest du, ja? ich glaub, sie weiß es schon zu wehren. ach, das geht von der diesseits aus. dieser ganze scheiß hier. ach, das geht von der diesseits aus. dieser ganze scheiß hier. haha, sondern verrat. am besten wir bringen ihn gleich um und sagen es war ein Unfall. okay. okay. bleiben wir übernacht. weh. 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 es hat doch nicht so funktioniert. aha, es geht draußen weiter. so, so. ach ja, wie soll das denn gehen? hohohoho. sehr gut. aha. 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 ach, miese Scheiße hier. wir könnten ihn doch einfach killen, oder? ach komm. ach komm. das ist der Fall. sie wird nicht wirklich abandone. sie hat das Dorf verliebt. sie hat das Dorf verliebt, dass sie ihre Anliegen verliebt. ach, was wir jetzt suchen. ja, wir können sie suchen. sie hat das Dorf verlassen, aber sie will den Drachen noch irgendwie vernichten. das ist ihr Anliegen. ah, diese blöden Königsregenten. wir sollen sie finden. so, so. ja, gut. das ist jetzt nicht sehr interessant, ne. ich würde sagen, wir kehren jetzt wieder um. Ulrika kann sich selbst finden irgendwann. wir finden sie irgendwann, aber jetzt kommt. hier droht keine Gefahr für das Dorf mehr oder weniger. klar, die Regentin, aber die wollen wir sowieso absetzen. von daher finde ich das ziemlich müßig. okay, jetzt probieren wir es mal. über die Krönungsfeier. ja. bevor wir aufbrechen. nein, wir machen das jetzt. wir haben genug jetzt rumgestreunert. jetzt machen wir das mal. aha. es ist gar nicht abends. okay, dann legen wir uns schlafen. here we go. oh. oh, was ist denn jetzt los? wie ist das an dir? was ist das für ein bösen Scheiße? sie haben irgendeine magie anscheinend, um die wassalen zu beeinflussen. das heißt, unser plan geht nicht auf. scheiße, wa? aha, was leuchtet da an deiner Brust? was ist das? das muss es wohl sein. da ist Sven, oder? so wie ich das sehe. scheiße, wir wurden reingelegt. offensichtlich. die haben auch dafür gesorgt. sie sind anscheinend noch wesentlich gerissen. habe ich gedacht. ja, das wird es wohl gewesen sein. gottgeflüster. hm. was ist das? offensichtlich ist es sowas. ja, 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 ja. wie kompliziert wird diese quest noch? okay, und wie machen wir das? okay, er bereitet eine strategie vor und dann. jetzt hast du doch eine idee, oder? aha, nach batal zu reisen. aha, kriegen wir jetzt vielleicht endlich einen passierschein? aha, ein palast von batal. abgesehen vom biesteren händen dürfen nur wenige batalsfestungen passieren. wir haben einen passierschein. wir haben ihn. wie geil. na endlich, das ist die offizielle quest. ich habe es mir gedacht. ah, ich habe eine idee. wir wissen, dass da maske verkauft wird von biesteren maske. wir kaufen eine biesteren maske, ziehen sie an, und kommen wir mit dem passierschein rüber. weil wir kommen nicht so als menschen rüber. wir kriegen noch ein zielkissal. okay, jetzt haben wir zwei stück. wie krass ist das bitte? also gut, jetzt können wir noch mal die aufträge uns angucken. oh, es sind so wenige auf einmal. wo ist denn der andere auftrag mit der frau? hä? aufgehoben. ich glaube, wir hätten den auftrag noch beenden sollen. na aber egal, das unheil ist weg aus melville. für mich genügt das. okay, dann ist eigentlich klar, was wir jetzt tun sollen. was? wer ist das jetzt schon wieder? Sven, also wieder irgendein auftrag. ja, sage mal, du weißt ja gar nicht, was du hier tun sollst. so ist es. aha. den insignienschwert. was ist das? warum ist dieses schwert so wichtig? denk ich mir. und was möchtest du von uns? ach so. wir sollen es wieder herstellen, damit es eben ein Symbol unserer Autorität darstellen kann. okay. ein zeremonielles schwert, das lange von vermons herrschern geführt wurde. okay. kann nicht als waffe ausgerüstet werden. okay. eigentlich ist dieses ganze Schauspiel mit den Triegen eigentlich voll der Witz. weil wenn uns jemand angreift, glaube ich nicht, dass der das überleben würde. also weiß ich nicht, was das alles soll hier. unsere macht ist absolut. hey, ist ne kiste. schon wieder vornehme beinkleider und tunika. da ist der Sven. ja. das ist der typ, den wir das schlussloch gesehen haben. äh, guck doch mal nicht. Können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Okay, wir haben diesen Brief von ihm bekommen, den sollten wir vielleicht auch diesen, ähm, ne? Hauptmann geben, damit er das auch sieht. Weil ich wette mit euch, wir können ihn nicht lesen. Das sind dieses Gemächer. Da ist sie ja. Können wir mit dir reden? Warte mal. Du hast ja keine Ahnung, was dann passieren wird. Aber gut, du wirst das noch erfahren. Oder wer weiß, was in diesem Teil passieren wird. Ich war noch nie in diesem Audienzsaal. Vielleicht sollten wir uns einfach auf den Thron setzen. Ah, hinter dem Thron ist was. Die Krone. Heraldischer Umhang. Da schon mal her. Krass. Das weiß ich, den nehmen wir. Und wahrscheinlich werden wir aufgehalten am Grenzposten. Und dann sind wir gleich an der Quest. Hoffe ich jedenfalls. Schauen wir mal. Und der Ochsenkahn ist erledigt. Wo sind wir überhaupt? Ja okay, es ist gar nicht mehr weit bis zur Quest. Da müssen wir nämlich hin. Perfekt. Okay, und nun? Mit wem müssen wir reden? Automatisch entscheidend. Bestimmt ein paar Wochen. Aber macht ihr nichts. Wir müssen halt alle erledigen, die da kommen. Mal sehen, wer da kommt. Oder was? Was passiert hier? Keine Ahnung, wo sind wir überhaupt? Wirklich, wo sind wir auf einmal? Ein Hinterhalt. Ah, den haben wir im Battal getroffen. Dieser komische Typ. Der hat uns mit den Schlägern da geholfen. Der kennt uns ja. Ganz genau. Ach ja. Was ist schon richtig? Ergreife Partei. Der Typ ist glaube ich in Ordnung. Alles klar, wir werden die Ritter. Wir werden die Ritter vernichten. Nein, nein, nein. Der Typ ist mir viel vertrauenswürdiger wie du. Ja. Auf jeden Fall. Komm, auf geht's. Also unsere Feinde sind. Die Ritter. Und tschüss, Ritter. Ich traue euch sowieso nicht. Ha. Ich traue euch sowieso nicht. Weil es war eine willkommenes Überraschung. Aber ich kann nicht hier liegen. Ich bin Angst. Meine Entschuldigung für das. Ich traue euch nach mir, wenn du es kannst. Ich traue euch. Und ich werde die Wahrheit von all dem. Mal sehen, ob der Drache bleibt. Boom. Junge. Gleich mal in die Fresse. Boom. Boom. Oh, das hat mir getan, oder? Und jetzt voll der Schlag. Champzen. Ohhi. Ahohohoho. Der geht ja nur auf mich. Saugut, mit �ann. Ahohohohohoho. Das war höchst effektiv allerdings. Das machen wir gleich nochmal. Und. Boom. Ich meine, das haut rein. Aber es bringt nicht zu viel. Mach dein Notsohn, stell sauber. Wir können ihn nicht unterbrechen. Wir können ihn ja hier so erwischen, wenn wir so springen. Boom, gesehen wie Der 있�. Es könnte ihn umhauen, aber es tut's nicht ganz klar, da kommt er wieder. Okay, guck mal, jetzt aber nicht dich. Und boom. Ich glaube, ich habe ihn gut erwischt, aber wir hauen ihn irgendwie nicht um. Das war stark. Jetzt komm, flieg mal um, Junge. Er fliegt immer noch nicht um. Okay, das hat auch reingehauen. Leck mich am Arsch. Ich kann ihn leider nie unterbrechen und kriege jedes Mal die Blitze ab. Oh, Mann. Jetzt kommen noch Geister, weil es nacht geworden ist. Geht's euch gut, ey? Ich habe ihn umgehauen. Oh, und wie? Okay, das ist es gewesen jetzt mit dir. Ich habe einfach normal drauf in den Krieger, ohne jetzt ein Special zu benutzen. Und jetzt nochmal mit Dreieck, weil das haut jetzt nochmal zum Schluss richtig rein. Ja, schade, ich habe es zu spät gemacht. Na egal, komm. Boah, das war sein Ding gekontert. Wie geil war das, ey? Boom. Es ist so geil, was man machen kann. Also mit dem Krieger kann man halt so richtig reinhauen. Boom. Und du kannst auch sein Attacke kontern von dem Drachen, ne? Werde ihn jetzt gekillt? Ich glaube, es war Mithi. Gut. Mach's gut, Drachen. Wie viel kriegen wir? 20 Stück. So, irgendwo hier muss der Kerl sein, hä? Oh, da vorne kommt er. Hä? Was geht mit dem ab? Hä? Was ist denn hier los? Wo kommst du her? Ja, warte. Den haben wir geplättet. Aber was passiert hier? What is happening here? Master, can you hear me? Ich wurde von den Vassalen getrennt. Die Wurzenteufel sind wir hier. Wo sind wir hier? Hä? Warum sind hier so viele Gäger? Boah, so viele Echsen. Boah. Okay, wir haben wirklich ein Problem hier. Und vor allem, wir können sie dich von hinten angreifen, aber wir haben keine Möglichkeit, sie abzulenken. Ho, 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 ich bin auch ziemlich toll. Ja, das wird dauern. Wir müssen erst ein erledigen und dann den nächsten. Und dann irgendwann. Jetzt fliegt der erste schon mal, das ist immer sehr gut. Ah, ja. Ich halte auch was, das ist kein Problem. Ja, ja, macht nur. Macht nur eure Stiche. Die Stichler. So, das war der erste. Denkst du, du kannst weglaufen, hä? Nein, kannst du nicht. Du kannst eins. Und zwar stärken. Boom. So, zwei haben wir schon. Wo ist der Nächste? Der will? Und fliegt, Junge. Sehr gut. Ins Wasser. Ich meine, die können mich tatsächlich unterbrechen. Ist auch ziemlich stark. Wenn ich jetzt eine andere Klasse hätte ich ein richtiges Problem. Aber so? Tschüss. So, du bist also der Letzte, ja? Hallo, du Hesse-Stück-Scheiß. Wo ist jetzt der andere Kerl? Ich verstehe es nicht so ganz. Also, der hat uns hier rausgeführt und jetzt, hä? Wo bist du, Alter? Hä? Hä? Spannung auf der Landstraße abgeschlossen? So? So? What? Wo sind wir? Hä? Also, ich verstehe nicht, was gerade überhaupt passiert ist. Quest. Dann haben wir diese Quest. Und wir können jetzt vielleicht den offiziellen Weg gehen. Das probieren wir einfach. Das nächste Folge. Und dann machen wir noch ein paar andere Quests. So schauen wir an, was es sich ergibt, Leute. Mal sehen, was wir dann entdecken. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Zeit. Und ich danke euch, dass ihr so lange geguckt habt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute.